Herzlich willkommen an der Nesdolschule Warza, vier Kilometer nördlich von Gotha. Mein Name ist Peter Lange, ich bin der Schulleiter dieser Schule seit 2008. Ich unterrichte selbst die Fächer Sozialkunde und Geschichte. An unserer Schule hier sind insgesamt ca. 200 Schüler, die von 16 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden und einer Schulsozialarbeiterin. Wir sind eine Regelschule, das heißt an unserer Schule lernen Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse mit dem Ziel, den Realschulabschluss oder den Hauptschulabschluss herwerben. Es sind insgesamt zwölf Gemeinden, aus denen unsere Schüler kommen und auch aus Gotha. Unser Schulprofil zeichnet sich durch drei Säulen aus. Das ist die Arbeit mit digitalen Medien. Das heißt, unsere Kinder lernen in elternfinanzierten Laptopklassen, nutzen digitale Lehrbücher, das Internet oder auch Office-Programme und Schulprogramme. Die zweite Säule ist die Arbeit im Wochenplan, die Freiarbeit. Und die dritte Säule ist die Berufswahlvorbereitung, in der unsere Kinder fit gemacht werden für die Zukunft. Zu meinen Aufgaben gehören ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel mache ich Einzelfallhilfe mit Schülern und Schülerinnen, die zu mir kommen können, wenn sie Probleme haben. Das machen die Schüler und Schülerinnen während dem Unterricht. Das heißt, ich frage den Lehrer vor, darf denn das Kind zu mir kommen und meistens klappt das auch. Dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ich mache hier auch Einzelgespräche mit Lehrern und Lehrerinnen und natürlich auch mit den Eltern. Das ist ein ganz großer Faktor meiner Arbeit. Daneben mache ich aber auch noch Projekte in allen Klassenstufen von fünf bis zu zehn hoch. Wir machen Drogenprävention und wir machen viel in Sachen Mobbing und Cybermobbing. Das sind so die Kernprojekte. Und Theater spielen wir hier auch ganz viel an der Schule. Die Wochenplanarbeit ist ein wichtiger Baustein unseres Schulkonzepts. Und hier arbeiten die Schüler individuell oder auch in kleinen Gruppen an einmal fachspezifischen Aufgaben, aber auch an fächerübergreifenden Aufgaben, die sich unterteilen in Pflichtaufgaben und in Wahlpflichtaufgaben. Jede Klasse hat ungefähr zwei Wochenpläne pro Jahr. Die sind vorher während ihrem Schuljahr festgelegt und sie können sich im Prinzip aufteilen. Einmal hier eine individuelle Arbeit oder wir haben auch weiter vorne noch zwei Räume, wo sie sich dann aufteilen können. Die Arbeitsmaterialien werden hier von einem Lehrerteam zusammengestellt, ausgearbeitet und auch das Material wird bereitgestellt sowie Schere, Klebe, für alles, was noch an organisatorischen Sagen ringsherum benötigt wird. Wir sind ein ziemlich kleines Kollegium mit 16 Personen. Das heißt, man kann sich super absprechen, miteinander reden und dadurch eben auch die Probleme lösen, die sich im Laufe des Tages des Schulalltages ergeben. Ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten. Mir macht das riesen Spaß und der Wunsch hat sich eben halt erfüllt. Ein neuer Kollege sollte ziemlich offen sein, mit uns reden, uns ansprechen und dann können wir das alles klären, Probleme lösen. Das Team der Nester-Schule Warzer würde sich über eine Verstärkung sehr freuen. Wir suchen dringend zum nächstmöglichen Termin eine Lehrkraft in der Fachkombination Deutsch beliebig und eine weitere Lehrkraft in der Kombination Musik beliebig. Das Team der Nester-Schule Warzer 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 Vielen Dank.